Kittler Tahimik ist ein philippinischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler. Leben Kittler Tahimik ist der Künstlername von Erik Degay, dessen Filme der Bewegung des dritten Kinos durch seine Kritik am Neokolonialismus gezählt wird. Baggio City war in seiner Jugend als Sommersitz bekannt und das Leben dort wurde durch einige Militärstützpunkte der USA geprägt. Tahimik studierte von 1968 bis 1972 an der Universität der Philippinen und wurde dort Mitglied des Studentenrates und Mitglied der Studentenverbindung Absalon Sigma Phi. Danach ging er an die Wharton School der University of Pennsylvania. Dort schloss er mit dem Master of Business Administration ab. Von 1968 bis 1972 arbeitete er in Paris für die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In Europa lernte Tahimik den deutschen Filmemacher Werner Herzog, der zusammen mit Francis Ford Coppola und dessen New Yorker Studio Syltrupp in Manhattan dafür Sorge trug, dass sein erster Film Mababangun Bangung Ode aus dem Jahre 1977 der Öffentlichkeit bekannt wurde. Tahimiks letzter Filmbalik bei Jan Raute 1 Memories of Overdevelopment Redux 3 wurde 2015 auf den Berliner Filmfestspielen gezeigt und mit dem Caligari-Filmpreis ausgezeichnet. Der Filmregisseur ist mit der deutschen Künstlerin und Autorin Katrin Degay verheiratet und lebt mit ihr und den gemeinsamen Kindern in seiner Heimatstadt. Preise und Auszeichnungen 1977 Internationale Filmfestspiele Berlin 1977 FIPRESCI Prize für Perfumed Nightmare 1981 Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg Top Cash Award für Turumbar 2012 Preisträger des Kunst- und Kulturpreises des Foco-Oca-Agent-Culture-Preis 2015 Caligari-Filmpreis bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin 2015 Filmografie 1977 Mababangun Bangung Ode Regie, Drehbuch und Produzent 1978 1982 Still Who Invented Alejojo? Who Invented Alemoon Baggi? 1981 Turumbar Regie, Drehbuch und Produzent 1996 Japanese Sommers of a Filipino Fandoshi Regie 1998 Jose Rezal, Darsteller 2003 Abon, Small Home Produzent 2006 OOR-Film Grimmetsch Tokimaras Regie 1980 zu 2010 Memories of Overdevelopment 1980 zu 2010 Regie 2015 2015 Balik Bayan Raute 1 Memories of Overdevelopment Redux 3 Regie und Darsteller Webseiten Retrospektive 2016 Internet Movie Database Pastore 21 25 23 23 23 24